ich weiß ich bin der jüngste nicht ich weiß ich bin kein großes licht doch wenn man je nach mehr verlangt ich bin noch immer angelangt langsam aber sicher ich kann ein bisschen spät zur welt die hebam wurde abbestellt nach sieben tagen kam ich dann ganz unerwartet dennoch an langsam aber sicher so bin ich mal und damit gut der liebe gott weiß was er tut ich kam zu spät ich kam zuletzt und wurde hinten angesetzt langsam aber sicher in ordnung jedem sein revier die koffern euch das tragen mehr doch etwas das verstehe wer will das wird selbst mir nun einfach zu viel langsam aber sicher die füsse nämlich diese zwei die 40 jahre brav und treu die werden schwer wie fenster kitt und wollen einfach nicht mehr mit langsam aber sicher nun frage ich euch was tut ein mann der nur zu fuß verdienen kann wenn eines tags in seinen schuhen die füsse keinen dienst mehr tun langsam aber sicher es gibt nur eins ich warte still bis niemand mehr was von mir will denn schliesslich einmal kommt die zeit wo man vom tragen mich befreit langsam aber sicher